Musik An den Leinen hat er den im Wegtburg-Vorpommern gezogenen, reich-deutschen Kalkbläger, Begleiter in der Forst. Musik Aufgeschirrt hat er eben mit einem amerikanischen Kumpf. Nur der Anspannung ist zu sagen, dass wir bei den Pferden, dass sie nicht an einem Stamm oder einem Assschputzen hängen bleiben und dem Pferd dann im Maul führen. Musik Wir haben auch heute Morgen schon Pferde gesehen, die zwei unterschiedliche Leinen dran hatten, eine rote und eine braune. Das dient dazu, dass die Fuhrleute, wenn sie sich erfährt, es gibt keine Schimmel beim Reinig-Doppel-Schimmel. Wir sahen, dass heute Morgen bei Matthias Buchmann, der mit dem Pferd von Kaufmanns hier im Parcours aufgetreten ist. Musik Bei dem Hindernis 4 geht es darum, dass der Mittelstamm nicht berührt werden darf. Da ist eine Papierrolle drum gewickelt. Wenn man dagegen kommt, streift man sie ab. Das soll eigentlich nachstellen, die Rindverletzungen, die man an gesunden Bäumen im Wald vermeiden möchte. Und wenn hier das Papier beschädigt wird, würde das in der Praxis im Wald bedeuten, dass eine junge Gruppe die Borken verliert. Oder eine kleine Aschleger in den Baum dann dort beschädigt wird. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020